Video und zwar von 0 auf Open End. Mal gucken was der X3 35D kann. Ihr habt es euch schon ein paar mal gewünscht. Viele haben gesagt endlich machen wir mal ein paar gescheite Videos zum Thema 35 Diesel. Warten wir jetzt probieren. Wir haben jetzt halb eins und sind auf der 81 Richtung Singen. Auf der Graden kurz vor Rottweil. Ich denke da kriegt man das hin. Jetzt müssen wir nur kurz den Verkehr abwarten. Dann wird man mit Launch Control starten und gucken dass wir von 0 bis knapp 250, 243 ist glaube ich abgeriegelt, dass wir von 0 bis 250 kommen. Ja, was sagt der Verkehr? Probieren wir unser Glück, oder? Sieht gut aus und los geht's. Jetzt schauen wir mal ob Launch Control aktiv ist. Dynamic Contraction aktiviert. Launch Control aktiv und los. Time and Motor. Time, zwei Mal. Time, zwei Mal. Mehr haben wir leider nicht geschafft. Es waren jetzt nicht ganz 250 kmh nach Tacho. Ich denke mal, wir waren kurz davor. Aber es reicht ja eigentlich als Referenz. Wir haben jetzt dazu keine Zeit gemessen. Einfach nur mal den Vergleich, dass ihr seht, wie die Beschleunigungswerte sind. Im nächsten Video probiere ich euch ein Video zu machen von 100 auf 200. Und noch ein weiteres von 0 auf 100. Auch nur mit Launch, mit ohne Launch einmal. Dann hängen wir da mal die Zeitmesse rein und mal gucken, was da rauskommt. Dann machen wir da ein paar Videos über den X3. Und in 10.000 km kommen dann 50.000 km Review. Boah, sind wir mal gespannt. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Und dann hören wir uns und sehen uns im nächsten Video. Bis bald.